Musik Von der größten Wochenzeitung Österreichs von News zu Mission, allerdings auf Umwegen. Zuvor musste der aktuelle Chefredakteur des Magazins Alle Welt von den päpstlichen Missionswerken hier in Wien noch einmal in die katholische Kirche eintreten. Und ich freue mich sehr, mit Christoph Lehermeier heute zu sprechen und seinen Werdegang ein bisschen zu beleuchten, vor allem aber auch seine Tätigkeit in der Weltkirche. Christoph, vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Danke für die Einladung. Du bist eines Tages aus der katholischen Kirche ausgetreten. Gab es da einen bestimmten Auslöser? Nein, für mich war das damals eigentlich folgerichtig. Ich habe mit der Kirche wenig bis gar nichts mehr am Hut gehabt. In Österreich, ich glaube auch wie in Deutschland, bezahlt man Kirchenbeitrag. Und dann denkt man sich irgendwann, wieso eigentlich noch? Also das war meine damalige Wahrnehmung. Und aufgrund dessen habe ich das als folgerichtigen Schritt erachtet, auszutreten. Was hat dich dann letztendlich doch wieder veranlasst, dich zumindest für die katholische Kirche zu öffnen? Letztlich war es total ein langer Prozess, der ohne meine Frau nicht gelungen wäre. Also ich habe meine damalige Frau kennengelernt, die ist sehr im Glauben aufgewachsen. Für die war Glauben sehr wichtig oder ist Glauben sehr wichtig. Das war für mich erst mal erstaunlich. Ich habe kaum jemanden in meinem Alter gekannt. Den Glauben wirklich praktiziert? Also das war für mich ganz fremd. Und ich habe dann, ich erzähle ihr immer diese Geschichte, sie hat mich dann mal gefragt, also damals in der Frühphase unserer Beziehung, wo denn, sie ist nicht aus Wien, wo denn die nächste Kirche sei? Und ich habe dann gesagt, ja, da vorne, die kann ich schon vorbeifahren. Und sie möchte am Sonntag in die Messe gehen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, du möchtest sie da eigentlich nicht allein hingehen lassen. Das ist ja auch seltsam. Und dann habe ich sie begleitet. Und das war der Beginn, ja, aber das war der Beginn einer langen Reise für mich. Ich habe am Anfang halt, es war ein sehr, sehr guter Pfarrer dort, muss ich sagen. Also die Predigten hatten etwas gehabt, das mich auch damals, obwohl ich ein total säkular, fast vielleicht agnostisch geprägter Mensch war, irgendwas hat mich abgeholt damals in diesen Predigten. Und das war der Beginn einer längeren Reise zurück. Gab es da auf deinem Weg so besondere Marker in deiner Gottesbeziehung auch, sodass du dich dann auch völlig öffnen konntest und sagen konntest, ja, ich möchte doch wieder zurück zur katholischen Kirche? Ich kann mich erinnern, in diesem Essen hat es Predigten gegeben, da waren Dinge, die mir zu denken gegeben haben, die etwas bei mir in Gang gesetzt haben, die dann dazu geführt haben, dass ich mir öfter die eine oder andere Frage gestellt habe, nach dem Sinn, nach dem Sein, das klingt alles so groß, aber letztlich ist es ja das, was Leben auch ausmacht. Und ich habe auch in diesen Predigten dann begonnen, Antworten zu finden, weil das war ein Prozess, der sich über Jahre erstreckt hat. Ja, also dein innerer Mensch konnte dann während dieser Zeit wachsen, das ist ja auch eine Chance, weil man sich dann in Ruhe mit den Inhalten beschäftigen kann. Wie bist du auf Missio aufmerksam geworden? Handelst du das? Ich meine, du warst hier in Wien tätig, nehme ich an? Ja. Nein. Nein. Okay, gut. Nein. Also ich war, wie gesagt, lange bei diesem Wochenmagazin, da habe ich das Auslandsressort geleitet. Später war ich dann bei einer Investigativrecherche-Plattform, da haben wir sehr viele Investigativrecherchen gemacht. Und dann war so dieses, wie geht es jetzt weiter? Ja. Und ich glaube, das war eine Fügung. Also ich habe Missio nicht gekannt, noch nie von den päpstlichen Missionswerken gehört und bin dann auf eine Anzeige gestoßen, dass die jemanden suchen. Und ich kann es nicht anders erklären als im Sinne einer Fügung. Ich glaube, dass Gott gesagt hat, ich habe dich das jetzt an verschiedenen Sachen, diesen Journalismus ausprobieren lassen, er hat dir etliches beigebracht, dich wachsen lassen und jetzt stell es bitte in meinen Dienst. Also jetzt tu etwas in meinem Sinne. So kann ich das nur erklären, weil ich habe die Alle Welte und unser Magazin, das ich nun leiten darf, nicht gekannt und habe mir am Anfang gedacht, okay, wenn das so ausschaut wie vieles in der katholischen Publizistik, dann ist das nichts für mich. Ich war aber ganz erstaunt, dass das wirklich ein damals schon sehr tolles Magazin war. Und ja, da hat das eine das andere ergeben. Und anders als Fügung kann ich mir das nicht erklären, dass etwas, was ich nicht gekannt habe, wo ich nicht gewusst habe, was macht Miss hier überhaupt, was ist globale Kirche, was ist Weltkirche, keine Ahnung habe ich gehabt. Für mich war Kirche ganz früh ein Gebäude. Ja, natürlich. Später dann diese eine Pfarre in die ich gegangen bin und das war es für mich. Und auf einmal öffnet sich hier ein völlig anderer Horizont. Dich haben mir aber auch in deiner Tätigkeit bei News immer die starken Geschichten gereizt, Begebenheiten, Erstaunliches aus aller Welt. Was hat dich damals so besonders fasziniert? Es war immer eigentlich der Versuch, dass man das, was man in den Nachrichten sieht, auf eine Ebene herunterzubrechen, die ein möglichst großes Publikum anspricht. Zum Beispiel, ich war am Maidan in Kiew, also über diesen Putsch 2014 oder über diesen Aufständen 2014. Ich war am Tachirplatz in Kairo. Ich habe Trump gesehen, bevor er Präsident wurde. Aber ich wollte dann immer irgendwie diese Geschichten tiefer gehen. Einfach, wer sind Trump-Wähler? Sowas hat mich interessiert. Wer wählt den? Warum? Wie geht es? Migration. Schlepper. Ich habe Schlepper begleitet auf den Routen, um zu verstehen, was da passiert. Das waren Zugänge, die ich damals für News versucht habe, unserer Leserschaft darzubringen. Aber hast du da auch zufriedenstellende Antworten erhalten? Ich meine, du bist hingegangen, hast dir das angeschaut und auch prekäre Situationen erlebt. Was hat das mit dir gemacht, als du noch nicht gläubig warst? Oft ist es halt so gewesen, dass es die Antworten ja nicht eigentlich selten voll erfüllend gibt. Das ist aber oft so im Leben. Dass man sich dem annähert. Und oft war es halt so, dass man Geschichten hat, die einen ein bisschen hoffnungslos zurücklassen. Also man versucht ja als Journalist Tatsachen zu beschreiben, Menschen zu treffen, deren Sichtweisen und in irgendeiner Art und Weise vielleicht eine Art Konklusio zu finden. Aber manches war schon so, dass man sagt, dass ich mir gesagt habe, ja, auch rückblickend, das ist mir eine Spur zu hoffnungslos. Und ich glaube, das unterscheidet jetzt das, was ich versuche in der Aller Welt zu machen, von dem, was ich früher gemacht habe. Also diese Komponente Hoffnung viel stärker reinzubringen. Das heißt, deine Wahrnehmung hat sich auch stark verändert. Jetzt die Komponente Hoffnung. Aber welche Unterschiede könntest du benennen jetzt im Vergleich damals und heute, was dein Arbeiten angeht, dein Schaffen, auch die Sicht auf die Dinge und letztendlich auch das Endprodukt? Manches ist sehr ähnlich. Also wir machen einfach, wie ich möchte, dass in diesem Heft wirklich spannende Geschichten sind. Geschichten, die man lesen will, die man bis zum Ende liest, die man, die Fragen, die man sich stellt, beantworten. Ich war an Orten, die, glaube ich, wirklich relevant sind. Die Geschichten erzählen, die verborgen sind, die neugierig machen. Also das ist sehr ähnlich. Und was sich verändert hat, ist, dass ich Personen treffe, die ich so früher nicht getroffen hätte, aus dem kirchlichen Leben, aus dem kirchlichen Bereich. Das geht von Ordensschwestern über Priester, über Missionare, aber auch zu tollen Laien. Also zu Menschen, die vom Glauben geprägt sind in ihrem Tun und die Unglaubliches leisten. Und das spielt natürlich weit stärker eine Rolle. So stark, dass ich mich manchmal frage, warum schreibt niemand anders über diese Menschen. Genau berichtet. Wie kommst du denn an diese spannenden Geschichten heran? Ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, gerade im Kontext der Weltkirche. Ich meine, wenn das Personen sind, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, wie findet man die? Also wir bei Missionare Österreich haben das Glück, dass wir wirklich viele Partner haben. Also Partner, die wir unterstützen, die Unglaubliches leisten. Ob in Asien, in Afrika, in Lateinamerika. Das ist immer mein erster Anknüpfungspunkt in dem jeweiligen Land. Also bevor ich in ein Land aufbreche, schaue ich mal, okay, wer ist das für unseren Partnern vor Ort? Das heißt, das sind immer Einheimische. Und Einheimische ist immer, ich halte nicht viel davon, wenn man versucht, innerhalb kürzester Zeit ein Land von vorn bis hinten zu verstehen, ohne jemals mit einem Einheimischen gesprochen zu haben. Das geschieht aber im Journalismus sehr oft. Also da hat man da so Reportagen, wo der Taxifahrer die Hauptfigur ist, wo man genau weiß, aha, der Journalist hat da auf dem Weg vom Flughafen zum Hotel mit dem Taxifahrer gesprochen und der erklärt ihm dann das Land. Aber sieht das aus Zeitmangel oder warum geht man diesen Weg? Ja, vielleicht auch aus einer Scheu heraus, in sein echte Leben aufzubrechen, Zeitmangel, Faulheit, ich weiß es nicht. Aber diese Reportagen, in denen der Taxifahrer mir ein Land erklärt, höre ich sofort aufzulesen, weil ich mir denke, okay, der Taxifahrer ist auch gezwungen, mit dir zu sprechen, quasi so auf die Art, er hofft auf ein Trinkgeld. Und bitte, ja. Du hast erzählt, dass du mit der Weltkirche konfrontiert wurdest. Wie hat es deinen Blick auf die katholische Kirche insgesamt verändert? Also ich kann nicht, wo ich anfangen soll, ja. Bitte, bitte. Katholische Kirche, in meiner früheren Wahrnehmung, war etwas, was... Einerseits medial sind immer dieselben drei Themen, die durchdekliniert werden. Also da geht es natürlich sehr viel um, was ist Frauenpriestertum, soll man das zulassen und so weiter. Dann ist... Dann Missbrauchsfälle und dann vielleicht noch, wer wird nächster Papst, ja. Das ist... So hättest du dir Gefühle vielleicht? Ja. Das war meine mediale Wahrnehmung. Dann meine persönliche Wahrnehmung war halt sehr von dem geprägt, was man in Österreich selbst von Kirche wahrnimmt. Aber dass da diese Dimension ist, die riesengroß ist draußen, die jung ist, die wächst, die glaubensstark ist, die mutig ist, dass es da Personen gibt und nicht wenige, ja. Also von wegen, wie finde ich diese Menschen, ja. Oft sind es Partner, aber oft sind es auch die Partner von Partnern, ja. Ja, okay. Also oft sind es einfach auch Menschen im Umfeld, die... Du kommst ja dann in den Kontext rein und lässt automatisch neue Leute kennen. Ja, ja, ja. Du schreibst oder sprichst davon, dass du Geschichten der Hoffnung schreiben möchtest. Worüber? Kannst du uns ein paar konkrete Beispiele nennen? Ja, das erste Beispiel ist sicher, das mich enorm geprägt hat. Das war eine der ersten Reisen, die ich gemacht habe für die alle Welt, hat in den Kongo geführt. Kongo ist das zweitgrößte Land Afrikas, ist ein sehr rohstoffreiches Land. Von Lithium über Gold bis Kobalt sind dort Mineralien, Erze, die eigentlich die ganze Welt braucht. Kobalt ist in der letzten Zeit ohne dies viel in den Medien gewesen, steckt in jeder Batterie drin, vom Tablet über das Handy bis zu den Elektroautos. Und der Kongo ist ein unglaublich, unfassbar armes Land. Das heißt, ich bin dorthin aufgebrochen und wollte diese Geschichte des Kobalts erzählen. und Kobaltminen, Ausbeutung, Kinderarbeit, Themen, denen wir uns hier ungern stellen, von denen man lieber gar nicht so viel wissen will. Und ich bin dort an einen Ort gekommen, der heißt Kolwesi, also quasi die Welthauptstadt des Kobalts. Also 60 Prozent der Kobaltvorkommen kommen aus dem Kongo. Das heißt, man kommt da auch gar nicht umhin, als von dort zu nehmen. Das sind Orte, wo da wartet keiner auf einen als Journalist. Also keiner will, dass man dort recherchiert. Man erwartet auch gar nicht, dass jemand kommt, oder? Oder man möchte es auch nicht vielleicht? Nein, man möchte. Es ist hochgradig mafiös. Es geht um Armmilliarden und Abermilliarden, die dort verdient werden. Und dort treffe ich dann, also einerseits zuerst diese Minen, diese Kinder, die in Schächte steigen, hochgefährlich, wo Schächte zusammenbrechen, wo in Bächen geschürft wird, in den Bächen sind Uranvorkommen, hochgiftig, Missbildungen bei Babys. Also alles, was man sich kaum auszumalen vermag, wirklich die Hölle auf Erden. Und wenn man sich jetzt fragt, okay, aber wo ist jetzt die Hoffnung? Also früher hätte ich vielleicht genau dort aufgehört. Dann hätte die Geschichte, bei dem, was ich jetzt erzählt habe, hätte dort geendet. Und dann treten in diesem Kolwesi Ordensschwestern auf den Plan, die Schwestern von guten Hirten. Das sind taffe, junge Frauen, die meisten von ihnen aus Kenia, die seit einigen Jahren dort vor Ort sind und die sich zu ihrer Mission gemacht haben, die Kinder aus diesen Kobaltminen zu retten. und die schon über tausend solcher Kinder gerettet haben, die Schulen aufgebaut haben und die mit diesen Kindern, die mit diesen Kindern, die ihnen Hoffnung geben, die ihnen Perspektive schaffen, die sie aus dieser ganzen Hölle, die sie umgibt, rausholen und die zugleich unglaublich taffe sind. Weil wenn du dort nicht taff bist, die sind Managerinnen zugleich. Du hast dort ein mafiöses Umfeld. Keiner will eigentlich, dass sie sich dort engagieren. Sie tun es trotzdem. Die sind von ihrem Glauben getragen. Und das ist eine Geschichte, die mich bis heute eigentlich kaum loslässt. Weil ich dort Dinge gesehen habe, die man auch gar nicht sehen will, die man so nicht sieht. und die zugleich aber dann, wo man versucht, eine Antwort zu geben. Wo es einfach, ich habe da mit einer Schwester gesagt, ja, aber, ich habe sie gefragt, müssen wir uns jetzt alle schuldig fühlen? Weil wir haben ja auch Handys. Wir nutzen das. Der Hype und die Elektroauten. Genau, richtig. Sie hat gesagt, ja, jeder trägt irgendwie eine Mitschuld, aber die Frage ist doch eher, was können wir tun? Und das hat mir auch so viel gezeigt, wie falsch oft unsere Debatten laufen. Also was tut man konkret? Und dieses Privileg zu haben, auch diese Schwestern zu unterstützen, was wir als Missier Österreich machen, und durch die alle Welt diese Schicksale bekannt zu machen, das ist etwas, was hochgradig inspirierend ist. Ich hoffe auch für unsere Leserinnen und Leser, dass man einfach sagt, okay, die Welt ist in vielen Dingen so, wie sie ist, und die ist oft nicht schön. Aber es gibt Menschen, die alles geben, um etwas zu verändern. Und genau denen willst du eine Bühne bieten. Also man kann es ja eigentlich wirklich schön sehen, als säkularer Journalist, wärst du hingefahren, hättest eine objektive Berichterstattung vorgenommen. Und jetzt hast du aber die Perspektive der Hoffnung, die ist hin, du berichtest und du willst konkret handeln. Und es sieht dann eben so aus, dass du Geschichten für das Magazin schreibst, um die Leute, um wirklich diesen Finger in die Wunde zu legen, jetzt in dem Fall im Kongo. Genau. Aber du hast dir auch von einem Blasphemie-Opfer aus Pakistan erzählt. Könntest du auch darüber berichten? Ja, Pakistan ist auch ein ganz eigenes Land. Man hat 240 Millionen Einwohner, nur zur Dimension 240 Millionen Einwohner, eine christliche Minderheit, die vielleicht drei Millionen Menschen ausmacht. Also eine ganz kleine Minderheit, die die untersten der unteren sind. Also ganz unten in der sozialen Gesellschaftsordnung. die Diskriminierung mit Ausgrenzung zu kämpfen haben, die von der muslimischen Mehrheitsgesellschaft sehr an den Rand gedrängt werden. Und dann gibt es eine Reihe von Problemen, die aus all dem heraus entstehen. Es gibt Ausbeutung, auch ich war für ein Ziegelarbeiter, die Kinder, die schon in Ziegelfabriken arbeiten müssen. Es gibt Zwangskonversionen, Mädchen, junge Mädchen, junge Frauen, die entführt werden, die zur Konversion gezogen werden. Und es gibt Blasphemie. Ein Blasphemie-Gesetz, das eigentlich, da kann man mehr oder minder sagen, jeder, der seinen Rivalen loswerden möchte, dem bietet dieses Blasphemie-Gesetz alles, was es braucht. Weil die Anschuldigung ist ganz leicht. Im Gesetzestext ist das so verwaschen formuliert, dass es reicht, wenn jemand sagt, du hast den Propheten beleidigt. Das reicht völlig. Also so eine leere Behauptung, ohne irgendeine Beweise. Ja, wenn zwei Freunde sich absprechen, genau so einen Fall erzähle ich in der Alle-Welt, da hat einer, ein junger Christ, hat ein Fahrrad, Mutterrad, Reparaturwerkstatt gehabt, war relativ verfolgreich damit. Sein Rivale daneben war ein Muslim, der hat weniger Kunden gehabt, der war dem ein Dorn im Auge. Am Anfang hat er ihm erzählt, gib mir dein Geschäft, das wollte er nicht. Auf einmal ist dann ein Kunde, ein vermeintlicher Kunde hineingegangen und läuft dann schreiend raus und hat gesagt, der hat den Propheten beleidigt, der hat den Propheten beleidigt, was in Pakistan dazu führt, dass innerhalb kürzester Zeit ein Mob zusammenläuft, der bis zur Lünch-Justiz handelt. Der Christ ist dann abgeholt worden von der Polizei und war dann bei fünf Jahren in Haft, in Untersuchungshaft später, später, bis er es endlich seinen Prozess gegeben hat, wurde verurteilt zum Tod am Strang. Und ich bin dort hingefahren und habe diese Geschichte, ich habe seine Frau getroffen, eine kleine Tochter, die hat für einen Papa, die ist jetzt acht Jahre alt, die hat ganz wenig Erinnerung an den Papa. Und er sitzt jetzt in der Todeszelle, er sitzt jetzt in der Todeszelle und man hält das Anfang, man hält viele dieser Geschichten in Pakistan eigentlich für unfassbar, aus unserer Dimension heraus. Das Mädchen, ich versuche dann immer diese Geschichte so zu erzählen, von wegen auch wieder Hoffnung. Was macht man mit so einer Geschichte? Wo kann da Hoffnung sein? Das ist dann wirklich anfänglich schwierig, aber es gibt eine Frau, die ist auch eine Partnerin von uns, mit der habe ich zuvor schon geschrieben, die habe ich dann dort treffen dürfen, das ist eine Menschenrechtsaktivistin, Christine, die ein Team von Anwälten hat. Anwälte, die sich solcher Fälle annehmen, sei es Zwangskonversionen, sei es Blasphemieopfer, die für diese Menschen kämpfen, die alles tun, um vor Gericht Fürsprache zu halten und diese Fälle nicht aus den Augen lassen. Ich habe sie damals genannt, diese Menschenrechtsaktivistin, ich habe sie genannt, die Löwin von Lahore. Lahore ist die zweitgrößte Stadt von Pakistan, dort wo sie agiert und weil sie kämpft wie eine Löwin. Und das ist etwas, was oft das Wichtigste ist. Wir sind dann in dieses Hochsicherheitsgefängnis gefahren, wo der sitzt und ich habe dann Fragen einreichen dürfen, die ich beantwortet bekommen habe von diesem Blasphemieopfer. Aber wird dann da nochmal irgendwie zensiert? Also da schaut sich jemand drüber auf. Eigentlich hätten wir ja gehofft, dass wir ihn in der Zelle besuchen dürfen. Es ist dann in diesem korrupten System dann irgendwie vollkommen klar gewesen, entweder wir zahlen da jetzt Unmenge, da wäre es vielleicht möglich, wo ich dann gesagt habe, okay, das lassen wir. Und wir durften dann diese Fragen einreichen, wo er ein bisschen seine Haftumstände beschrieben hat und wo er einfach beschrieben hat. Das hat mich so beeindruckt, wie wichtig es für ihn ist, einfach zu wissen, er ist strenggläubig, er betet für ihn, ist die Bibel, das, was ihn am Leben erhält und zu wissen, dass da draußen Menschen sind, die ihn nicht vergessen haben. Die versuchen, so wie die Löwin von Lahore, alles zu tun, dass sich in seinem Fall noch etwas zum Guten wendet. Bestehen da reale Chancen? Es ist so in Pakistan, dass diese Judikatur ist derart, derart verworren. Also es ist oft so, bei diesen Blasphämiefällen, dass in der ersten Instanz immer ein Schuldspruch kommt, aus dem Grund, weil die Richter, die haben auch Angst vor diesem Mob, vor diesem Lünchmob, die draußen schon vom Gericht warten. Der Richter denkt sich, wenn ich den jetzt freispreche, dann bin ich derjenige, den der Mob sich schnappt. Das heißt, die Richter in der ersten Instanz sprechen eigentlich sehr häufig Schuldurteile und die Hoffnung ist dann, dass im Höchstgericht, dort wo die Richter besser geschützt sind, dort wo der Richter vielleicht auch einen Leibwächter hat, wo er weiß, okay, ich laufe jetzt nicht Gefahr, dass mich der Mopper da rausschleift, dort ist dann die Chance, dass es dann vielleicht einen Freispruch gibt. Aber ohne Anwalt, und die Christen sind die untersten da unten, das heißt, die hätten ja gar nicht die Möglichkeit, sich einen Anwalt zu bezahlen. Ohne Anwalt keine Chance. Es gibt in Pakistan die Löwen von Lahore, ich kann mir aber denken, dass es nicht in allen Ländern eine solche Anwältin gibt, die wirklich auch versucht zu kämpfen. Was können wir denn tatsächlich, können wir hier menschlich überhaupt helfen und unterstützen? Ja, ich glaube, einerseits das Gebet, das hat auch, das hat auch wirklich dieser Blasphemie-Opfer, Asfak, man sich heißt der, auch in seinen Antworten gesagt, betet für mich. Diese Verbundenheit zu wissen, und das ist ja auch das Schöne an Weltkirche, das versuchen wir in der Aller Welt auch zu zeigen, dass wir Teil einer großen Glaubensgemeinschaft sind. Kirche endet nicht, das habe ich dann auch begriffen, endet halt nicht in der eigenen Pfarre oder in den Landesgrenzen. Das heißt, wenn wir die Christen und Christinnen in Pakistan und vielen anderen Ländern, wo Verfolgung auf der Tagesordnung steht, in unser Gebet einschließen, ist schon mal sehr viel erreicht. Aber man kann über Missio natürlich konkret solche Partner unterstützen, wie die Löwin von Lahore in ihrer Tätigkeit durch Spenden. Das ist ja eine Riesenhilfe. Man kann auch, ich glaube auch, einfach dieses Aufmerksam machen, die alle wählen, die ist ja auch etwas, die den Blick leiten und lenken soll auf Dinge, die man überhaupt nicht auf dem Radar hat, die man aber, so hoffe ich, dass es uns gelingt, so aufbereitet, dass auch Menschen, die vielleicht sagen, ja, hätte ich gar nicht gewusst, dass mich das interessiert, sich mit dem auseinandersetzen. Also ich glaube, auch das ist etwas, was ganz unverschämt gesagt, ein Arm oder alle Welt kann auch dabei helfen, den Blick auf Dinge zu lenken, die man einfach selbst nicht auf dem Radar hatte. Haben man ja auch gar nicht. Deswegen gibt es eben solche Medien. Ich denke, dass in vielen Ländern der Welt Christen verfolgt werden. Hast du noch eine Geschichte für uns, die uns vielleicht kurz näher bringen möchtest? Ja, ganz berührend war, ich war voriges ja auch in Syrien. In Syrien wollte ich, nach Syrien wollte ich eigentlich immer schon. Also da wollte ich schon, wie ich bei News war, nach Syrien. Weil diese Geschichte dieses Bürgerkriegs für mich aus der, aus der meinen Wahrnehmung etwas ist, der ich auf den Grund gehen wollte. Nur war es damals unmöglich, überhaupt ein Visum zu bekommen. Jetzt durch unsere Partner, auch wieder Partner, also Weltkirche ist überall, war das dann möglich und ich konnte in dieses Land reisen, das irgendwie, ja, durch Flüchtlingsströme und dergleichen, es war immer medial ein Thema, ja, aber interessanterweise, und das hat mich damals schon interessant gefunden, ich hatte damals nicht den Eindruck, dass die christliche Minderheit, die 10% ausmachte, irgendwie ein Thema war. In all den Jahren des Krieges, dass es da christliche Dörfer gibt, dass es Dörfer gibt, in denen noch aramäisch gesprochen wird, das Leben der Christen in all diesen Jahren des Krieges, der jeden Tag in unseren Nachrichten war, habe ich, und ich habe die Medien damals sehr intensiv verfolgt, eigentlich kaum wahrgenommen, wie es den Christen geht. Ja, wurde ja auch nicht berichtet. Ja, warum? Das ist eine gute Frage, warum fahren die Medien so eine bestimmte Schiene, um eben nicht den Finger in die Wunde zu legen? Was würdest du sagen? Du bist ja aus der Branche. Ja, ich, ich habe diese eine Antwort nicht. Ich glaube, es hängt natürlich viel zusammen, wenn man selber, wenn für einen selbst Journalisten Glaube kaum eine Rolle spielt, dann hat man auch kein Sensorium, dass Glaubensthemen vielleicht interessant sind. Es hängt vielleicht viel mit unserer sehr stark sekularisierten Gesellschaft zusammen, dass sich auch viele Kollegen denken, naja, mich interessiert es sich, warum soll es meine Leser interessieren? Geht von sich aus. Ja, also, und da fahre ich vergangenes Jahr in dieses Syrien und war wirklich erstaunt und erschüttert zugleich. Ich habe da einen jungen österreichischen Missionar getroffen, Gary Baumgartner, ein junger Jesuit, der in Homs ist, was eine unglaublich berührende Begegnung war, ein Tatgeräum, von wegen starke Person in der Weltkirche. Ein junger Österreicher, der Arabisch gelernt hat, der dort in Homs ist, der Jugendarbeit leistet, der diese Christen, wir waren dann in Runden von jungen Christen, die zusammenkommen, die sagen, wir möchten eigentlich nicht nach Europa, wir möchten nicht weg, wir möchten unseren Glauben hier leben, hier wie es, Syrien ist eine der Wiegen unseres Glaubens. Ich war an Orten, allein in Damaskus, wo hat die Konversion von Saulus zum Paulus stattgefunden. Das ist viel von dem, auch in unserer Wahrnehmung, ein bisschen verschwunden, nicht bei den KTV-Sendern, Zuseherinnen und Zusehern, aber in der... Rosalind Gans, Ja, absolut. Und das finde ich dann eigentlich enorm bewegend und zugleich unglaublich spannend, dass man auch diese Wahrnehmung dieses Bürgerkrieges dort, die dann doch bei genauerer Betrachtung eine ganz andere war. Ich war in einem Dorf, das heißt Malula, das ist ein Wahlfahrtsort, ein christlicher, ein kleines christliches Dorf, das sind Kloster der Heiligen Thekla, andere Wahlfahrtsstätten, Reifahrtsstätten, reicht 1.700, 1.800 Jahre zurück, wurde von Islamisten angegriffen, dieses Dorf wurde erobert, wurde besetzt von Islamisten, dann zurückgewonnen. Habe ich alles zuvor medial nicht wahrgenommen. Ich habe sehr viel über medial wahrgenommen und unterschiedliche Schattierungen der Islamisten. Das war alles breit, breit getreten, aber das dort, Christen um ihr Leben fürchten mussten, ihr Leben oft auch ließen und jetzt trotzdem dort herrscht es wieder wieder aufgebaut, dieses Dorf wird wieder aufgebaut, die Menschen kehren dorthin zurück, von wegen Hoffnung. Auch so eine Geschichte zu erleben, wir hatten es am Kawa unserer Weihnachtsausgabe, ein Bild aus diesem Malula, wo die Messe gefeiert wird, die auf aramäisch gehalten wurde. Und das versuchen wir in der Aller Welt nach außen zu tragen, weil es einfach Geschichten sind, die, ich würde diese Geschichten nicht schreiben, wenn sie mich nicht selber faszinieren würde. Also das muss spannend sein, das muss packend sein, aber die Weltkirche macht es einem überhaupt nicht schwer. Es gibt überall etliche Geschichten, man muss sie nur finden und dann auch darüber berichten. Ich sage immer, es sind so ungeschliefene Rohdiamanten. Also man muss sie schraufen, natürlich, man muss sie aufklauben, manchmal vielleicht ein bisschen polieren, aber das kann man ja als Journalist. Also das ist ja unser Handwerk. Also haben wir wahrscheinlich verlernt, jetzt in der Kirche groß zu denken, da sind deine Geschichten, die du uns heute erzählt hast oder näher gebracht hast, wirklich ein wunderbarer Denkanstoß, eine riesige Inspiration. Christoph, ich danke dir für diese Schilderung, für alle Geschichten, für die wertvolle Arbeit, die ihr macht. Danke, sehr gerne. Danke für die Einladung. Danke, sehr gerne.